Musiala lockt Mbappé, er kann zum FC Bayern kommen. Vertrag von Superstar Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain läuft am Ende der Saisons aus, und es gibt viele Anzeichen für einen großen Wechsel zu Real Madrid. Allerdings versucht Jamal Musiala, den französischen Torwart zum FC Bayern zu locken. Können Sie sich vorstellen, dass Kylian Mbappé das Trikot des FC Bayern trägt? Dasselbe gilt offenbar auch für FCB-Star Jamal Musiala. Der 21-Jährige versucht derzeit, Frankreichs Top-Stürme zum FC Bayern zu locken. Auf die Frage, für welchen Verein Mbappé am besten geeignet wäre, antwortete Musiala im Interview mit FC Bayern TV lachend, er kann zum FC Bayern kommen. Musiala fuhr fort, wenn ich ihm einen Rat geben könnte. Er würde jede Mannschaft verstärken. Sollte er Zeit bei uns in München verbringen. Deshalb haben wir Mbappé in unserem Team und spielen gegen ihn. Es ist besser, das nicht zu brauchen. Mbappé, ein Wechsel zu Real Madrid? Musiala ist nicht der Erste, der beim FC Bayern an Mbappé denkt. Der frühere Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn sagte kürzlich zu Sportbild, Bayern kann Harry Kane holen. Aber Bayern muss sich um Erling Haaland kümmern. Bayern könnte auch Kylian Mbappé in Betracht ziehen. Diese Idee ist wichtig, weil der Verein diesen Status erreicht hat. Bayern-Trainer Thomas Tuchel wurde im vergangenen November auch zu den Bayern-Gerüchten über Mbappé befragt. Damals antwortete er, wenn er gehen will, hole ich ihn mit dem Fahrrad ab. Ich halte das nicht für realistisch. Selbst wenn Mbappé im Sommer Free Agent wird, wird der Vertrag des Superstars sehr teuer. Bei PSG soll er pro Saisons unglaubliche rund 100 Millionen Euro verdienen. Bayerns nächster Champions League Gegner, Real Madrid, versucht seit Jahren, Mbappé zu verpflichten. An die mit den Rolls soll diesen Sommer endlich abgeschlossen werden.